Du musst Augen zu machen. Ich soll Augen zu machen? Das ist stark. Ja, direkt. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren StumbleGuys Video. Heute wollen wir wieder ein paar Packs aufmachen, weil wir das letzte Mal wirklich schön in die Tasche gegriffen haben. Wir wurden gefühlt abgezockt. Ich habe einfach irgendwelche Sachen bestätigt, bestätigt, bestätigt. Dann hatte ich hier so viele Coins, aber habe auf der anderen Seite auch echt viel Geld verloren, Leute. Also wie gesagt, macht das bitte nicht nach. Guckt das bei anderen YouTubern, guckt zu, wie die auf die Fresse fallen und da Geld ausgeben, Leute. Aber wir machen das ja auch nur aus Unterhaltungsgründen. Also lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und jetzt ganz viel Spaß. Seid ihr bereit? Sue wird zum Auge, dass du Blitzy holst. Du machst Auge, dass ich kein Blitzy kriege? Warum das? Ich dachte, du Blitzy holst. Ich kriege jetzt sowas von Blitzy, Bro. Oh, SQ, du warst einfach Stunny, ey. Ich war einfach... Oh, ich habe fast Stunny gerade bekommen. Ja, das seltenste ist mir nicht. Du hast ja schon Stunny bekommen. Sue, ich habe einen Videotitel für dich. Hau raus. Ich werde zu Knossi. Warum Knossi? Weil er Glücksspiele macht. Oh, da wird gegen Knossi geschossen. Aber Leute, auch anhand von sowas solltet ihr sehen, Glücksspiele Finger weg. Okay? Knossi. Guck mal, ich gebe hier unnötig viel Geld raus für nichts. Der hat Stunny gezogen. Schade, dass er gegen Stunny schießt. Fehlt jetzt nur noch, dass ich zweimal Skelett-Kopf-Larry bekomme. Sue? Ja. Bei Stumbleguys wurde das extra gemacht. Wenn du kurz vor einem Special bist, dann geht der extra nicht nach vorne. Ja, das ist aber überall so. Das ist überall so. Deshalb sind Glücksspiele so gefährlich. Dann geht der nicht. Das ist richtig extra gemacht. Du wirst hier manipuliert. Du denkst, oh, okay, beim nächsten Mal kriege ich das. Aber hier, Freunde, wieder 10 für nix. 10 für nix. Deshalb gehen wir wieder in den nächsten 10 rein. Oh, Mann. MB-Cardions 2 Specials. Überlegt mal, was ihr mit dem ganzen Geld machen konntet. Tio, ich habe mal ein Video von Savele geschaut. Ihr hättet zum Beispiel eure Familie einladen können und schön mit der Familie essen gehen. Ein neues Headset holen. Oder ein neues Headset holen mit gutem Mikrofon. Aber ihr habt eigentlich alle gutes Mikrofon. Tio, ich habe mal ein Video von Savele geschaut. Der hat drei Tage gebraucht, um ein Skin zu holen. Und ich habe den einfach in einen Tag geholt. Oh, du bist ja auch ein Lacker. Ja. Schon wieder diesen Heil bekommst. Musst du ein Special bekommen, wegen 1%. Ich werde gleich sowas von den Sieg holen, wenn es so weitergeht. Wir machen gleich nochmal zusammen. Nach diesen 10, die fertig sind, machen wir nochmal gleich ein Battle gegeneinander mit der Community. Und da muss ich den Sieg holen. Und dann kriege ich wahrscheinlich wieder einen geilen Skin. Ich fühle es. Guck mal, wie gefühlt es jetzt ist. Es ist schwer für dich, Jesse. So, guck mal, danach, wie viel ist, können Sie noch fehlen. Pinguin. Pinguin. Gibt jetzt in Fallgeist, äh, in Stumblegeist eigentlich so eine Zeit, wenn keiner ans Ziel geht? Ja, bei manchen hat es schon. Und was haben wir hier wieder bekommen? Wir werden jetzt erstmal unseren ersten Special Skin ausführen, bevor ihr gleich alle noch ausrastet und sagt, Ey, Sjo, warum gibt es so kein anderes Skin? Aber wir wollen eh nur Blitzy haben. Blitzy ist für uns der Wichtige. Deshalb wollen wir hier, bam, erstellen, Code kommt rein. Wir machen die neue Runde. Tio, was ist dein Lieblingsgame ins Tumblegeist? Äh, mein Lieblingsgame ist das mit Lava. Nein. Deine auch? Ja. Und Laser Tracer, oder wie das heißt. Das habe ich, glaube ich, nur einmal bis jetzt gehabt. Ich war damit... Also die ganzen guten Sachen bekomme ich leider nicht so oft. Ich war da mal im Finale, Digga. Und ich habe einfach gar nicht mehr durchgesehen, was da auch... Neben mir ist Glurak. Boah, das macht ein Glurak da. Kann das Ding mal kurz rüberkommen? Danke für gar nichts. Wir sind aber trotzdem weiter. Oh, die machen hier solche Politik wieder. Wo ist MBK? Also könntest du mir vielleicht ein bisschen hier Support gleich geben, wenn ich mein nächstes Pack aufmache. So ein bisschen Glück so... Natürlich. Danke, klar. Oh, das ist auch das erste Mal, dass ich diese Map mache. Gib mir Tipps. Äh... Warum müsst ihr mich boxen, Jungs? Durch die kaputten Dings springen. Warum müsst ihr mich boxen, hä? Kann ich auch boxen, oder? Kann es da auch sein, dass es von der anderen Seite kommt? Nee, ne? Nein, nein, nein. Wir brauchen auch boxen. Okay, wir wollen boxen, weiß ich. Wer boxt dich? Bro, sag mir, sag, sag, wer mich boxe, ey. Die boxen wir zusammen zurück. Niemand boxst uns. Boxt ihn. Ich habe Lumpi umgeboxen. Boxt ihn weg, Bro. Ich und du ein Teamwork. Boah, ich habe was. Der Drache will mich boxen. Ja, Lumpi. Da lasse ich mich nicht lumpen. Er hat mich schon gebrochen. Als ob alle das überlebt haben, diesen Jump gerade. Es wird gleich jetzt richtig schwer, ne? Ja, ja, jetzt gleich kommt's. Gleich wird's noch schwer. Jetzt oder was? Nein, nein. Lumpi ist raus. Weg mit Lumpi. Mit Lumpi. Mit Lumpi und Lumpi will ich hier nichts zu tun haben. Ich habe... Okay, Jungs, ihr könnt jetzt alle runterspringen auf ihre. Danke. Okay. Und alle runter. Alle runter. Let's go, let's go, let's go. Das ist Spaß. Was müssen wir hier machen? Rauf. Ja, du hast geschafft. Okay, sehr gut. Das ist eine geile Map. Ah, nee. Einer der geilsten Maps, die wir hatten. Äh, Hedge-Sprung. Nein. Ja, ich habe mich qualifiziert. Ich habe mich durchgehackt, durchgepackt, durchgeglitscht. Kennt ihr das? Das war bei mir auch, Mann. Ach, Mann. Bei mir kommt immer ein Deathrun am Ende. Ich will kein Deathrun. Also ich sage auf Ansage, du, Sun gewinnt jetzt. Bro, hast du gerade gesehen, wie ich gespielt habe? Weil das kein Deathrun war. So. Im Finale will ich doch kein Deathrun haben. Weil hier, guck mal, hier geht's einfach nur, wer kennt die Map schon länger als der andere? Wer kennt hier die ganzen Abkürzungen? Nur darum geht's hier. So, ich, ich hab die Map vielleicht dreimal gezockt. Aber so bei den anderen Sachen ging's so um Skill. Wer macht hier den krassesten Move durch das Loch der Vergeltung? Juhu, wie geht's? Wie's mir geht's? Du fragst wirklich, wie es mir gerade geht? Du bist neben mir, wie geht's? Mir geht's nicht gut. Okay. Wie geht's dir, Freund? Ich sag dir ehrlich, komm, wir machen hier Picknick. Wir können hier nicht mehr Erster werden. Auf diesen Stein. Hast du ein bisschen Essen dabei? Ich möcht' Sucuk haben. Sucuk mit Ei und Toast. Habt du schon gewonnen? Das schmeckt lecker, Leute. Ich hab sogar gesagt, dass er gewinnt. Wer bis jetzt hier geguckt hat, schreibt Hashtag Sucuk rein. So, dieser bin ich am Start, jo. Wir machen das. Welchen möchtest du? Blitzi. Ich will nur Blitzi haben. Gib mir Blitzi. Oh, weil Küre. Weil Küre ist stark. Weil Küre ist nicht stark. Und das weiß auch. Alle Legenden-Skins, die noch nicht Duplikate sind, sind stark. Hallo, Roboter. Hallo. MdK, ich hab mal in einen 3 auf den Pack-Skins-Schutz-Anschluss-Typ. Aber Küre gibt es nicht. Blitzi. 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 Nein. Schade. Schade. Aber er hat schon mal Hallo gesagt. Ist wichtig. Was war das denn? Er sagt zweimal Hallo. Und jetzt geht er wieder. Blitzi war wieder da. Jetzt geht er wieder. Blitzi. Nein, nein, nein. Der letzte Spin in diesem Paket wird Blitzi. Guck. Er tesert. Gleich kommt Blitzi. Gleich kommt er. Du, du musst Augen zumachen. Blitzi. Blitzi. Kein Hai, bitte. Ich will nicht mehr so viele Haie sehen. Ich hab genug von den ganzen Hinen. Jetzt kommt Blitzi. Oh, da war ein grüner. Red Demon. Der letzte Spin von dem Ding. Guck. Blitzi. Wir müssen da jetzt nochmal rein. Wir müssen da jetzt nochmal rein, Leute. Let's go. Was bekomme ich? Speziell. Blitzi. Ja, dieser Drache wäre auf jeden Fall nice. Blitzi. Komm schon. Gib mir den Grünen oder so. Liebe deine Videos. Danke, Optimist Earth. Ich will aber hier krasse Sachen bekommen. Freunde, wir sind übrigens gerade im Livestream. Wenn du auch im Livestream dabei sein willst, dann aktiviere auf jeden Fall die Glocke, um hier nichts zu verpassen. Ähm... Ah, ja, toll. Den hab ich doch auch schon so übertrieben auf. Was soll das? Ähm, danke. Danke. Komm, Glurak wäre richtig gut. Irgendwas richtig krasses. Ähm, beim nächsten. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt Blitzi. Wir drehen da jetzt sowas von rein. Du musst Augen zu machen. Zwei neue Legendäre. Das ist stark. Okay. Hier müsst ihr aber drauf rejekten. Ihr könnt mich verarschen. Ich werd jetzt nicht hingucken. Aber ihr müsst die ganze... Ihr könnt lügen. Ihr müsst nicht lügen. Okay. Also mach es so, dass ich die ganze Zeit gehypt bin und mich umdrehen will. Okay? Okay. Also sag zum Beispiel, oh, der rote Drache oder so. Ich werd nicht hingucken. Okay. Und dann werd ich nur auf Chat erstmal gucken. Okay. So ready. Alles geht. Das Rad dreht sich. Das Rad dreht sich unten. Das Rad dreht sich. Aber die Antwort, die wir alle haben wollen, liebe Leute, werden wir gleich sehen. Blitzi. Oha. Blitzi. Hab ich Blitzi bekommen? In jedem Pack. Nein. Nein, nein, leider nicht. Oh my God. Blitzi ist auch nicht in jedem Pack. Die, sieben wiederfall. Komm, geschaffen ist letzten. Meine Frau. Schade. Schade. Ich weiß es. Anfänger auf Kurve ist halt auch zu. Ob immer, bis jetzt hört sich das noch nicht so an, als ob ihr begeistern seid. Ey, also... hat sich auch gar nicht gelohnt, nicht hinzugucken, ne? Also es lohnt sich sich doch nicht wegzugucken. Es lohnt sich wirklich wegzugucken. Die ganze Zeit… Da musst du nicht... Ey, da war ein Teaser. da war der hat jetzt geht es im rad Ja, ich bin jetzt auf dem Ski. Oh mein Gott. Du hast blitzig gezogen. Du hast blitzig gezogen. Ihr verarscht mich doch. Ich guck auf. Du kannst gucken. Du kannst gucken. Aber du kannst gucken. Abwärts geht es langsam um. Stammdrehen. Kann ich jetzt aufmachen? Ja. Warte, 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 warte. Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Ich muss jetzt schaffen, den Chat nicht. No way. Scheiße, ich kann nicht sehen den Chat mit, ohne auf dem mittleren Bildschirm zu gucken. No way. Ich hab Blitzy bekommen. Ich hab Blitzy bekommen. Let's go. Nice. Ich wollte Blitzy haben, jetzt hab ich Blitzy. Aber Leute, an dieser Stelle auch nochmal. Wir machen das natürlich auch nur für Entertainment. Ganz, ganz wichtig. Ich will das tausendmal erwähnen, weil ihr seht gerade, Freunde, wie viel Geld ich für diese Scheiße ausgegeben hab, um nur einen einzigen Skin zu bekommen. Also einfach Finger weg. Oder, MBK? Ja, das stimme ich dir vollkommen zu. So, ich hab Blitzy direkt eine Blitzy-Runde. So ein Ding wird das. Eine Blitzy-Runde. Ich hab gesagt, eine Runde weggucken funktioniert. Ihr habt mich echt nicht verarscht. Also ich dachte echt, ihr habt mich verarscht gerade. Bro, weißt du was? Lustig. Egal, ich sag das nicht. Sag, sag, sag. Egal, was. Bei mir war genauso. Als du auch weggeguckt hast. So Leute, mal gucken, ob ich jetzt mit Blitzy hier direkt gewinne. Warum bist du neben mir so gut? Ich bin anscheinend der Einzige, der Blitzy hat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du hast du hechter am Anfang immer, dann bist du schneller. Okay, Chef. Zu Buffet, Chef. Ja. Wird gemacht. Wie ihr sehen könnt, die Community besteht nur aus Pros. Ja. Aber trotzdem, wenn ihr Pros seid und ich euch besiege, dann bin ich ja super Pro, oder? Oh, ich bin erster. Hey, ich dachte, du bist raus. Ich dachte, du bist raus. Ich bin auch gar nicht dabei. Das war ein Prank. Ich bin trotzdem noch dabei. Das war ich, Digger. Ich wollte dich auch unboxen. Ich bin drinnen. Ey, boxe mich doch nicht. Wir haben es trotzdem geschafft mit Blitzy. Sehr gut. Das ist einfach Profi. Du hast Blitzy, das heißt, du bist Blitzschnell im Ziel. Das heißt, du müsstest immer erster sein. Achso, äh, wenn du passen, wenn du passen, doppelt oder so hast, kannst du die für Marken verkaufen. Aus Süß neben mir, Digga. Sehr gut. Boah. Ich gehe durch die Mitte. Hier bin ich einmal runtergefallen. Mit so einem kleinen Tipp, Ju. Ja. Hier gerade. Ich fahre immer durch diese Mitte. Auf geraden Strecken, wenn da kein Hindernis ist. Das springt ist so ganz komisch, ne? Mich hat jemand umgekickt. Der Ehrenlose. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich bin safe jetzt raus, oder? Ja. Ich bin weiter. Ich schaffe es. Nein. Ju, schade. Nein. Oh, Mann. Jetzt. No. Guck mal, wir sind süß. Blitzi. 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 Ja. Absolut nicht Blitzi. Blitzi. Blitzi braucht nicht zu hechen, Leute. Blitzi macht ihr Donnerschlag. Bam. Guck mal. Einfach Donnerschlag. Ich glaube, ich fliege raus. Donnerblitz. Blitzi. Ich bin so nett und spiel mit euch und ihr wollt mich einfach rauskicken, rausboxen. Ich wollte mich ja sogar boxen. Mann. Das ist echt uncool. Menschlich gesehen. Das war der Dinosaurier und die Unterhause. Da sag ich nur F***. In der Kassenrunde von Ebel. Ich werde die ganze Zeit hinterher geboxt. DJ. Wo ist das? Achso. Okay, wundert euch nicht, wenn ich nicht mehr mit euch spiele. Ich glaube. Ich spiele nicht mehr mit euch. Warum nicht? Leider nicht gewinnen jetzt. Man kann sich. Man sieht die Namen. Man kann die aus der Gruppe mal rauskicken. Das weißt du. Ja. 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 Können wir jetzt einfach mal runterfallen. Danke. So was ist für mich eigentlich ein Final Game. So was ist wirklich ein geiles Final Game. Kein Death Run, wo man irgendwelche Wege auswendig lernt. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Seht ihr das? Das ist wieder Skill, Leute. Und jetzt fliegt raus. Oh mein Gott. Das ist easy. Ich bin doch weiter. Ich habe euch gesagt. Das ist für mich eine Skill Map. Nicht dieses dumme Death Run jetzt wieder im Finale gleich. Ich wusste nicht, dass man da hoch muss, ne? Ich wusste es auch nicht. Ich habe es einfach random gemacht. Ich bin so nicht von Taten. Hexagon. Hexagon. Kein Death Run. Nein. Das ist wieder ein Death Run. Oh mein Gott. Ich sehe es gleich wieder, Leute. Die springen über alle Sachen. Ja. Einfach wieder nur auswendig lernen. Wo kann man Abkürzungen nehmen? Ich sage dir alle Tricks. Nein, ich bin raus. Besser ist es. Sue, ich bin dein. Ich sage dir alle Tricks. Okay, sag mir Tricks. Ich bin dein Coach. Jetzt hechte die ganze Zeit. Hechte die ganze Zeit. Hechte. Die ganze Zeit? Jetzt an der Seite daraus. Nichts hin. Nichts hin. Jetzt rechts und dann hechte. Jetzt links und dann hechte. Okay, habe ich gemacht. Aber anscheinend kennen die das besser. Ja, okay, okay. Die kennen alles auswendig. Die kennen alles auswendig. Ja, die kennen alles auswendig. Guck mal. Ich spiele diese Map zum dritten Mal. Wie soll ich denn alles auswendig kennen? Jetzt hoch. Jetzt da hoch. Da hoch. Ja, das geht raus. Jetzt ganz am Rand. Guck mal. Ich berühre auch nichts. Wenn ich diese Map normal spielen würde, hätte ich vielleicht gewonnen. Aber Leute. Mit diesen Worten würde ich mal sagen, hat trotzdem Lust gemacht und Spaß gemacht gegen die Community zu spielen. Lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, wie viel Geld muss Leiterzio ausgeben, bis er irgendetwas Wichtiges, Seltenes bekommt, was eigentlich nicht wichtig ist, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.